und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge Lara Croft in the Guardian of Heights mit dabei ist der Koba und wir müssen jetzt den überflutet nein der überflutete haben wir überlebt den Giftzump den Mischer voll gepupst hat haben wir überlebt ja ich hatte auch Blähungen 10 rote Schädel wir kriegen irgendwie nie 10 rote Schädel doch einmal haben wir es geschafft reißen sie die Mauer mit einer Riesenkugel in weniger als acht Minuten ein also Oh, da kommen wir gar nicht hin. Na, okay. Na, oh. Oh, nein. Warte. Ach so. Hallo, wir machen chill. Nein. Müssen wir die Kugel jetzt mitnehmen? So, so. Ich glaube nicht. Ja, wo ist da rüber? Ich? Äh, nee. Meine Mama. Jetzt? Auf das Teil. Aha. Äh. Äh. Hä? Es gibt manchmal Pfeffer, manchmal... Meine Keime. Da ist ein Schädel, ne? Au. Da ist ja noch ein Ding am Lern. Warte. Hm. Na, warte mal. Du musst... Warte. Komm mal her. Wo ist es? Ich? Ja, wie willst du es abschießen? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Na weiss? Alter Eier, ich habe sie gar nicht mehr mehr. Ich baue mir ein bisschen hin und her auch. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe nichts gemacht. Geh mal du runter. Oder ich. Geh mal du runter. Oder ich bin schon halbweg nach unten. Jetzt bleibe ich hier oben. Du gehst runter. Ich komme nicht weiter runter. Muss ich vielleicht näher? Geh noch mal weiter nach unten. Nein. Oh Gott. Ich steck fest. Ich bin nach oben. Ja. Das schneiden wir raus. Okay. Kannst du auf das Ding drauf? Ich glaube ich muss da eine Bombe drauf schmeißen. Aber wie? Geht das? Hallo kannst du mal auf mich warten? Ich bin nicht. Achso ich wollte dich nach oben ziehen. Ja natürlich indem du dahin gehst wo der Pfosten ist oder was? Ja. Ich dachte ich kann nicht damit nach oben ziehen. Nein. Nein. Warum denn? Nein. Geh weg. Geh weg. Ah. Hinter dir. Geh weg. Hammerhart. Ich glaube du musst da einen Pfeil hinsetzen oder? Für dich. Nein. Für dich hier. Hallo? Aus? Nein warte das ist zu weit. Nein hier hin? Nein. Da hin. Okay. Da unten ist noch so ein Ding. Bist du runter? Ja du bist. Trau mich nicht mal, weil ich hab Höhen an. Hallo? Lass mich runter. Hallo? Geh hoch. Hallo? Ey warte das sieht nach einer versteckten Tür aus. Was ist das denn mit dem Ding? Ähm das ist... Warte nicht. Eine Waffe. Na einfach oder was? Du musst RB drücken. Ja. Hopp. Warte. Warte. Ab! Ich bin tot. Glaube ich. Danke schön! Hey! Hallo! Au, au, ich wusste. Warte. Ich brauche einen Husten vom Baum. Hey! Mit dir bin ich. Ich bin gleich tot. Es belebt sich stauernd wieder, das Vieh. Man kann hier die Hebel auch ziehen. Schön gemacht. Hast du nice gemacht. Applaus, Applaus. Bitte, da fährt er um nach oben. Für die Aktion. Beim ersten Mal geschafft. Ja. Entschuldigung, da fährt er ein Daumen nach oben. Ich bin halt der Checker Pro. Oh shit. Ja da. Nee, du musst erst ne Bombe drauf lassen. Ne Bombe. Und danach? Ja hochklettern. Und dann? Auf das Zeilen schießen. Auf das Zeilen schießen. Das war doch ungefähr hier in der Richtung, oder? Auf die Plattform musst du gehen. Und drüber schießen. Das geht nicht. Warte mal, komm mal herher. Warte mal, komm mal herher. Warte. Ich bin voll gecheatert hier. Gar nicht. So geht es. Okay. Mhm. Ja, so geht es halt. Was soll man machen? Was soll man machen? Ja. Ach so, okay. Ach da oben ist ein Schädel. Ja. Warte. Warte, warte. Drei, zwei, eins. Ja. Okay. Okay. Gibt es vielleicht anders? Brauchen wir dafür diesen Granatwerfer vielleicht? Ach so, ich darf selber nicht drauf. Ich darf ja selber nicht drauf. Man darf auch nicht so gut waffen. Okay. Rüsten wir halt mal den Granatwerfer aus, oder? Ach so. Und jetzt? Ja, das Ding ist auch dafür. Artefakt entdeckt. Wie kommen wir da hoch? Weil wenn ich drauf springe, verschwindet es sofort. Ah. Ah. Du bist doch zu schwer. Ah ah. Hm. Hoch! Was geht das denn? Ich komme doch nicht hoch. Irgendwie muss man doch hoch, oder? Warte, 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 warte. Ja, aber das bringt ja nichts. Ich kann nicht springen und so ein Ding machen. Ich wollte, ich dachte, ich kann nicht springen und so ein Ding machen. Nein, geht nicht. I don't know. Keine Ahnung. Ähm. Hä? Irgendwie muss es doch gehen. Und du? Da rüber kann man nicht, glaube ich. Ah ja. Wer das Spiel mal gezockt hat. Hm. I don't know. Wie muss es doch gehen. Wie muss es doch gehen? Ah ja. Wer das Spiel mal gezockt hat. Hm. Okay, jetzt ist wieder ein Rätsel. Oh mein Gott, das ist ein Level voller Rätsel. All right. Ja, kommt's für schon. Oh Ich schieße tot und du machst den Hebel ziehen bitte Du willst den Hebel? Da ist ein Hebel bei dir Ich muss halt Ach komm schon, die kommen immer wieder bei mir Ja bei mir auch Oh Was ist denn jetzt? Ja Ich bin tot Ah du auch? Ach man diese Kackfiecher Da und wieder kommen Ich bin tot Ich bin tot Wieder Ich hab gezogen Geh 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 Du musst die Dinger kaputt machen Die Pfeile Jalalala Hallo Ich bin tot Oh Vater Ja das sind ja gleich zwei Wow Wow Oh Gott ist die Pfeile sag doch was Oh Gott Pfeile Ja Oh shit Pfeile Dann ist sie kaputt machen Nein ich komm aber nicht weg Dann weiß ich sie kaputt machen Ähm Hilfe Ja Jetzt kannst du sie gleich kaputt machen Jetzt Mach sie doch kaputt Was denn Ich bin doch schon drüben Nein es ist doch eine Herausforderung die Dinger kaputt zu machen Ich kann grad nichts machen Guck mal was bei mir drüben ist Ja guck ich helf dir doch zu schießen Ich bin schon down Könntest du bitte nochmal zurücklaufen jetzt Ich würd schon gern den Erfolg mitnehmen Nein Ey der sagt doch so wie Erfolg Dass du mal Ich wusste es ja nicht Ich war ja schon drüben geported Außerdem ist ja gar nichts mit Zeit Man hat doch genug Geduld Muss Geduld haben Ähm Ja 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 Achso hä Und jetzt? Keine Ahnung Was soll ich jetzt hier machen? Hä? Das bringt mir ja nichts Nee 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 Geh rüber Achso Okay So ein Schatt Ich werde warten Ja tschüss Warte durch Wir kommen Wieso bin ich da hinten geported jetzt? Also die Strecke Achso Okay da kommen wir nicht rein Ah Gucke Achso 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 Na Gott sei Dank bist du nur drüber gefallen Ich saß nur drüber Ich saß nur drüber Oh nee schon wieder so ein Vieh Soll ich da drin stehen bleiben? Ich glaub nicht Oh mein Gott wie sind solche Kack-noobs Ok, kurz aktivieren und laufen! Lauf, 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 lauf! Ich seh die Kamera nicht, schneller! Ich bin tot! Ja, fast. Wir haben es fast geschafft. Ist es B? Nein, mit X kannst du schneller rollen. Kannst du das nicht? Du kannst schneller rollen, wow! Warum? Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich war noch da! Oh, der spielt Cheated! Ich war noch! Frauenbonus! Frauenbonus! Hier! Der spielt Cheated! Oh, Power! Da behalten wir die Munitions-Power ab! Das ist vorbei? Was? Neues Charakter-Outfit vorgeschalten habe ich. Lora Croft-Dschungel-Outfit! Oh! Wir haben schon wieder 8 von 10 Köpfe nur! Ja! Komm! Und sag ich mal, danke fürs Zuschauen! Wir machen hier einen kleinen Cut! Lasst ein Like, ein Däumchen nach oben, ein Kommentar! Vielleicht auch ein Abo da, wenn es euch gefallen hat! Und wir sehen uns beim nächsten Mal! Tschau! Tschüss! 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 Tschüss!